Wer willst du denn sein? Als wer willst du denn wahrnehmen? Willst du als eine kompetente Person im Bereich A, B oder C, also zum Beispiel der Zahnarzt in der Stadt oder der Immobilienmakler in der Stadt? Oder einer, der alles macht. Jetzt frage ich mich, warum ist jetzt der Tim, warum ist er jetzt eine Person, die eben solche Entscheidungen trifft, solche Sachen macht, der jetzt schon dieses Jahr 50 Wohnimmobilien zum Notal getrennt ist? Herzlich willkommen zur nächsten Immolution-Podcast-Folge. In dieser Folge sprechen wir über das Thema, auf welche Geschäfte, also als Makler natürlich, auf welche Geschäfte lasse ich mich ein, wenn Anfragen, Verkaufsanfragen reinkommen, wie zum Beispiel Gewerbe, landwirtschaftliche Betriebe, Hotel, obwohl ich im Prinzip Wohnimmobilienmakler bin und aber immer wieder so die Reize bekomme, auch was anderes zu machen. Und das wollen wir uns jetzt mal heute ein bisschen anschauen, weil wir das auch sehr häufig erleben in unserem Coaching, dass solche Fragen kommen. Und was wäre denn jetzt so eine der ersten wichtigen Fragen oder generell Aussagen, die man so einem Makler gegenüber jetzt tätigt, wenn der mit so einer Frage kommt? Was denkst du? Ja, also ich habe mal für mich so festgelegt und die hat sich in der Praxis eigentlich immer bewahrheitet, was ist eigentlich die einfachste Formel, um Umsatz zu produzieren? Und dann kam ich zum Ergebnis, Fokus gleich Umsatz. Weil am Ende des Tages hat das ja auch was mit Energiefluss zu tun und mit Fokus auf eine Sache. Das ist wie wenn ich versuche, ein Feuer ans Brennen zu bringen, dann brauche ich einen Sonnenstrahl und eine Lupe, die diesen Sonnenstrahl auf einen Punkt zentriert bündelt, damit Rauch entstehen kann. Also Fokus gleich Konzentration. Genau. Fokus gleich Konzentration gleich Umsatz. Ich würde da noch was hinzufügen. Ich finde das super. Ja. Ich würde sagen, machen wir es mal auf Deutsch und sagen Konzentration plus Kompetenz gleich Umsatz. Logisch. Du kannst natürlich nicht, nur weil du dich damit beschäftigst, heißt es natürlich nicht, dass du es kannst, ist ja klar. Genau. Also dass du auch die Kompetenz hast, das gut umzusetzen oder gut zu machen, plus den Fokus gleich Umsatz. Genau, weil Kompetenz ja, also Konzentration heißt, ich konzentriere mich auf eine Sache zum Beispiel. Okay? Wie zum Beispiel Feuer machen jetzt. Ja. Du fängst ja jetzt nicht an, um es mal ganz einfach zu machen, du fängst ja jetzt nicht an, wenn du jetzt beim Zelten bist oder sagen wir mal irgendwo unterwegs im Survival Training, fängst ja jetzt nicht an, erst das Feuer zu machen und gleichzeitig noch irgendwo Wasser zu besorgen. Ja. Du kannst ja nicht an zwei Orten gleichzeitig sein. Also machst du erst mal das Feuer, damit das schön warm werden kann und dann besorgst du dir, oder du besorgst dir erst was zu essen oder was auch immer, ja. Aber du konzentrierst dich auf eine Sache und die machst du auch gezielt. Ja. Korrekt? Ja. Die Kompetenz meint dabei, dass ich mich in dem, was ich tue, Feuer machen. Weiterentwickele. Auskenne. Einfach daran gut werde. Genau, weil ich glaube, nicht ich glaube, sondern es ist ja sicher, nehme an, wir beide würden jetzt das erste Mal das machen mit dem Feuer machen, mit der Sonne. Jetzt habe ich keine Sonne. Was habe ich denn für eine Alternative? Ja, wir haben halt keine Expertise in diesem Bereich. Also muss ich ja, wenn jetzt keine Sonne da ist, habe ich ja ein Problem. Das heißt, ich kriege ja jetzt das scheiß Feuer nicht zum Brennen. Also welche anderen Alternativen habe ich, um mal unabhängig der Tatsache, dass ich auch ein Feuerzeug benutzen könnte, aber das habe ich jetzt nicht. Ja, ich bin in einer Survival-Situation. Genau, also kein Feuerzeug. Ist verboten worden bei dem Spiel. So, das heißt, jetzt muss ich auch Alternativen haben. Machen wir es mal auf den Makler. Der Makler muss, wenn er eine Immobilie nicht verkauft, in der Lage sein, zu wissen, welche Methoden, was kann ich alles tun, um die Bude verkauft zu bekommen. Und da bist du bei einem sehr wichtigen Punkt, weil du hast ja eingeleitet mit dem Thema landwirtschaftliche Immobilien, Gewerbe, dies, das, jenes. Der erste Punkt ist, du sollst mal das machen oder dich darauf festlegen, was ist das, wo du am meisten Bock drauf hast. Konzentration. Genau. Festlegen, wo du am meisten Bock drauf hast. Ja? Auch komplett ohne Emotionen im Sinne von, wo ist am meisten Geld drin und so, sondern wo hast du einfach am meisten Bock drauf. So, wenn das steht und du jetzt aber immer noch mal das annimmst, mal das annimmst, mal das annimmst, ist das für mich eine Sache und zwar auch wieder entstehend aus einem Mangeldenken, weil das, was du dich eigentlich entschieden hast zu tun, scheint ja nicht so gut zu laufen, dass du genug damit zu tun hast und vielleicht auch Mitarbeiter genug damit, sodass du eben empfänglich dafür bist, dich auf andere Sachen zu konzentrieren, die nichts mit dem zu tun haben, was du eigentlich machen willst. Also du bist empfänglich dafür aus einer Mangelerscheinung, aus einer Notsituation heraus. Genau, weil du hast zu wenig Geld. Ja, oder halt zu wenig zu tun mit dem, was du eigentlich tun solltest. Gut, das könnte aber jetzt, genau, also es darf natürlich nicht so sein, dass die Entscheidung, die du triffst, was du tun willst, musst ja dein, sagen wir mal, dein Überleben und dass du ein gutes Business machst und Spaß daran hast, also hier auch Spaß daran hast, musst du es ja fördern. Ja, aber am Ende ist es ja so, alles, 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 weil die Leute ja oftmals zu Fragen stellen, ja, was würdest du mir raten, was soll ich machen? Mann, mach das, wo du Bock drauf hast. Das ist wirklich so eine komplett weirde, loste Frage. Das ist eine Babysitter-Frage. Ja, weil der Punkt ist einfach, erstens, fang mal an, Verantwortung für dein eigenes Leben zu tragen und deine eigenen Entscheidungen zu treffen und nicht andere für dich Entscheidungen treffen zu lassen, nur weil du Angst davor hast, eine falsche zu treffen. Ja, das ist ja der Grund. Weil am Ende, es gibt keine falsche Entscheidung. Das, was falsch ist, ist keine zu treffen. So, das ist mal der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, warum sollte ich denn Dinge machen, die eigentlich nicht mit dem zu tun haben, was ich eigentlich machen will, wenn es mir, wenn alles läuft. Gibt ja keinen Grund dafür. Oder? Absolut. Ja, ja, also, wenn wir nochmal an dem Punkt jetzt sind. Es ist ja im Prinzip schon alles gesagt. Das heißt, ich bin empfänglich, wenn irgendwas nicht ist. Jetzt kommt aber noch eine andere Sache dazu. Das ist so ein bisschen diese wieder emotionale Seite. So, die Frage ist halt, warum tue ich das, was ich tue? Jetzt kommt jemand, der hat den Weg zu mir gefunden und der stellt mir jetzt eine Anfrage. Dann könnte natürlich jetzt auch bei vielen der Trigger sein, ja, ich will ja keinen wegschicken. Ich will ja keinen wegschicken. Ja, oder auch Klassiker, ähnliches Szenario, eine Empfehlung von jemand anderes. Ich will halt wegen der Empfehlung, weil ich den kenne und so, irgendwie jetzt nicht den vor der Tür stehen lassen oder was auch immer. So, jetzt muss man aber eine Sache ganz ehrlich hier und sich auch anschauen, ist für mich die Frage und die sollte man sich wirklich stellen, ist, bist du in dem Bereich, was du tust, bist du da kompetent? Also kannst du das? Hast du das schon gemacht? Hast du das öfter schon gemacht? Hast du das mehrfach gemacht? Oder ist das das erste Mal? Also wenn ich die Frage höre, und das meine ich auch gar nicht böse jetzt oder so, man stellt mir die Frage, du, pass mal auf, ich habe hier einen landwirtschaftlichen Betrieb, ich weiß nicht, wie ich den bewerten soll, stelle ich mir die Frage, hey, oder ich stelle die Frage, wie oft hast du das schon gemacht? Ja, noch kein Mal. Sag ja, okay, warum beschäftigst du dich denn dann damit, wenn du keine Kompetenzen hast in dem Bereich? Jetzt geht nämlich das Thema Verantwortung los. Also Verantwortung heißt, ich mache etwas, was ich eigentlich gar nicht kann. Das wäre so ungefähr so wie, keine Ahnung was, ich setze mich in ein Auto rein mit 1000 PS und kann gar nicht kein Auto fahren. Ja, oder du sagst einfach, du spielst einfach in einem Champions-League-Finale mit, aber bist normalerweise Kreisligaspieler. Du bist maximal überfordert mit der Situation. Läufst einfach wie so ein Irrer darum. Also pass auf. Und jetzt will ich mal eine Alternative aufmachen. Natürlich kann jetzt der ein oder andere sagen, ja, ich habe ja auch schon mal ein Gewerbe verkauft oder dies, das, andernas. Ja, das mag alles sein. Die Frage ist nur, wer willst du denn sein? Als wer willst du denn wahrgenommen werden? Willst du als eine kompetente Person im Bereich A, B oder C, also zum Beispiel der Schönheitschirurg in der Stadt sein oder der Zahnarzt in der Stadt oder der Immobilienmakler in der Stadt? Oder einer, der alles macht. Oder genau, der einfach irgendwie, der irgendwie alles kriegt. Der ist ein Freestyler. Der ist ein Freestyler. Der macht alles, wie er gerade denkt. Und da, wo gerade das nächste Geld ist und so weiter. Wobei noch die Frage wäre, ob die Leute das jetzt wirklich so erkennen. Aber lass mich mal kurz diesen Satz noch weiterführen. Das heißt also, erst mal sagt er, nein, habe ich keine Ahnung von. So, jetzt irgendwie muschelt er sich jetzt da durch. Und sagen wir mal, es klappt auch. Und er verdient ein bisschen Geld damit. Glück gehabt, sage ich nur. Glück gehabt. Jetzt gehen wir mal eine Alternative. Und zwar, wie es unser Kunde Tim gemacht hat. Ein super cooler Typ. Der hat nämlich auch im Gespräch mit uns, der hat sich einen Kooperationspartner ins Büro reingeholt. Nämlich einen Gewerbemakler. Weil er keinen Bock auf Gewerbe hatte. Weil er gesagt hat, macht doch total keinen Sinn, wenn ich mich jetzt damit beschäftige. Und der Gewerbemakler, der macht keine Wohnimmobilien. So eine Jackpot-Entscheidung. Denn jeder befruchtet den anderen. Der eine bringt mehr Kompetenz mit ins Unternehmen rein. Und die tauschen sich sogar gegenseitig aus. Das heißt, regelmäßig Empfehlungen und Tipps und damit auch Provisionen für den Makler. der Gewerbeimmobilien tippt und umgekehrt der Gewerbemakler, der sagt, ich bin hier in so einem geilen Laden, super cool. Und der kriegt dann im Umkehrschluss wieder Wohnimmobilien. Also das ist so eine extrem coole Win-Win-Situation. Weil es in dem Moment ist, nämlich der Gewerbemakler oder der Land- und Forstwirtschaftsmakler oder der Hotelleriemakler ist doch für mich wie eine Art Multiplikator. Weil der kommt ja auch auf solche Leute, die Wohnimmobilien. Also das, verstehst du, das macht halt einfach super viel Sinn. Und du bringst Kompetenzen zusammen. Das ist das Ding. Und ich frage mich jetzt, weil das ist so direkt die logische Frage, die in meinem Kopf dadurch entsteht. Jetzt frage ich mich, warum ist jetzt der Tim, weil das scheint ja zu korrelieren, warum ist er jetzt eine Person, die eben solche Entscheidungen trifft, solche Sachen macht, die Person, die, wir schreiben heute den 6. August 2024, der jetzt schon dieses Jahr 50 Wohnimmobilien zum Notar gebracht hat. Warum ist er jetzt diese Person, die so Entscheidungen trifft und warum sind jetzt die Leute, die dieses Jahr 4, 5, 6 Objekte zum Notar gebracht haben, die, die das jetzt eben anders gemacht hätten und zwar es selber gemacht hätten? Ganz einfache Antwort. Weil der Tim seit zweieinhalb Jahren mit mir arbeitet. Ja, und weil der Tim einfach auch, weil nochmal, wir sind ja nur die Leute, die Inputs geben, die natürlich wissen, wie es funktioniert, aber er setzt es halt auch um. Und er ist halt die Person, die die nötige, das nötige Verständnis, Bereitschaft, Lernwilligkeit mitbringt und sagt, ey, warum soll ich denn, warum soll ich denn irgendwie in jeden Scheißhaufen treten, wenn es schon Leute vor mir gemacht haben und mir einfach den schnelleren, besseren und gewinnbringenderen Weg zeigen können? Jetzt muss man aber auch der Fairness halber sagen, zum Schutze aller anderen da draußen, die vielleicht noch nicht so weit sind, dass ich habe auch schon in dieser Situation vor vielen Jahren gesteckt und habe die falsche Entscheidung getroffen und habe es versucht oder habe es gemacht. Das ist ja aber genau der Profit der Leute heute, die bei uns sind. Exakt. Also das Ding ist, auch das ist jetzt wieder eine Sache, die etwas damit zu tun hat, auf welcher Basis oder auf welcher Grundlage basiert deine Entscheidung. Und das hat wieder was mit Kompetenz zu tun. Also das heißt, und mit Lernen, mit Ausbildung. Und ich sage mal, eigentlich kann man das Ganze, was wir machen, schon gar nicht mehr so wirklich nur Coaching nennen. Nee, gar nicht, finde ich. Bei uns ist es viel mehr Ausbildung und Training. Also wirklich, wir bilden die Leute aus, wir zeigen ihnen den, wir geben so viele grundlegende Dinge, also wirklich, um kompetenter als Makler zu werden. Und Coaching würde ja heißen, auch im Endeffekt das Vorhandene zu verbessern und zu trainieren und anzuleiten. Was wir tun ist wirklich, wir bilden ja die Leute echt aus als Unternehmer. Wir machen sie zu besseren Maklern. Coaching natürlich auch. Und das absolut, wir bleiben dran, wir sorgen dafür, dass das, was man lernt, auch in der Praxis angewinnt. Wir sorgen sogar erstmal dafür, dass überhaupt gelernt wird. Also, dass die Leute Spaß an dem kriegen, darf man ja übrigens auch nicht vergessen. Weil die Leute basieren ja ihre Entscheidungen immer auf dem, was sie in der Vergangenheit gelernt haben. Und da muss man auch eine Sache sagen, dass, was man in der Schule oder überhaupt auch so in der Ausbildung mitbekommen hat, ist ja in einem, ich sag mal, wenn wir es mal so energetisch sehen würden, so ein bisschen so Power, in eher lower Power gelaufen. Also die, verstehst du, was ich meine? So die Ausbildung, denk mal an deine Schule oder ich an meine Schule. Also die Lehrer, die waren jetzt nicht maximal gut drauf. und so on fire und total begeistert von dem, was sie da tun. Und auch die Art und Weise, wie sie es gemacht haben, war halt nicht wirklich geil. Und so nimmst du das ja mit ins Leben. Kommst aber jetzt zu uns und da ist eine fette Energie dahinter, richtig gute Power und es wird erklärt, dass man es versteht, dann kannst du die Dinge ja ganz anders im Leben anwenden. Und das sind natürlich Gründe, warum zum Beispiel jetzt ein Tim dann, ich sag mal, nach der Zeit, wo er da ist, Schritt für Schritt, auch das ist nicht von jetzt auf gleich sofort alles richtig, sondern Schritt für Schritt von, ich sag mal, plus eins auf plus zwei auf plus drei auf plus vier, also mehr richtig, mehr, mehr richtig, mehr, mehr, mehr richtig und so weiter. Und daher kommt die Entwicklung. Und heute macht der, und dafür feiere ich ihn auch sehr, der macht halt heute in einem Monat das, was er früher in einem ganzen Jahr gemacht hat. Also eigentlich noch, er macht heute viel mehr in einem Monat, als er, also fast jetzt mittlerweile, glaube ich, das Doppelte sogar oder auf jeden Fall mal das Gleiche, als das, was er früher in einem ganzen Jahr gemacht hat. Ja, was schon absurd ist. Aber zurück zu der Ursprungsthematik, der Punkt ist einfach, hol dir die Leute, weil du hast was Geiles gesagt, vereine die Kompetenzen, vereine Kompetenzen, hol dir die Leute, die den Skill haben, die Kompetenz haben in dem Bereich, wo du eben nicht so viel hast, vereine das Ganze, fokussiere, fokussiere dich aber auf das, was dein Ding ist und mach das groß. Und jetzt kommt noch eine Sache, wo ich eben vergessen habe, das, was ich, ich hatte das eigentlich im Kopf, wollte das sagen, hab's aber dann vergessen. Und zwar, der Punkt ist, am Ende ist egal, für was du dich entscheidest, was du machen willst, alles kann funktionieren. Alles auf der Welt kann man zum Funktionieren bringen. Die Frage ist nur, findest du den Weg und wie sehr bist du auch dahinter, den Weg zu finden, wenn es eben nicht von Anfang an funktioniert. Und macht das zu dem Zeitpunkt Sinn? Genau. So, weil ich sag halt, egal, was du dir im Leben vornimmst, du kannst alles schaffen, wenn du in der Lage bist, den Weg zu finden. Weil das ist wie, wenn du in einen Tresor rein willst, ja? Du kannst jetzt mit einem Bunsenbrenner, mit einem Plasmaschneider, mit einer Brechstange probieren, diesen Tresor zu öffnen, aber am Ende gibt's auch einfach einen Code. Den gibst du ein und dann bist du drin. So, und die Frage ist, findest du den Code für das, was du schaffen willst? Und das ist der Fokus, den du brauchst. Finde diesen fucking Code. Absolut. That's it. Ich würde sagen, genau so ist es. Ja, also das ist genau der Punkt. Und wie gesagt, wichtig ist, das, was du mit den Kompetenzen, Kompetenzcenter, vielleicht noch eine Randbemerkung, du würdest, also ich würde auch jedem zum Beispiel empfehlen, wenn steuerliche Fragen sind, ja? Und sei es nur die Spekulationsfrist, ob sie wirklich ganz genau ist, ob sie wirklich safe ist, ob sie sicher ist, ich würde mir eher für jeden einzelnen Fall nochmal einen Steuerberater dazu holen und dem für seinen Rat ein bisschen Geld bezahlen und mir damit einen neuen Kooperationspartner wieder aufbauen und auch diese steuerliche Kompetenz dabei haben und somit gehst du ja auch nicht hin und sagst, diese Kompetenz hole ich beziehungsweise bin ich auch noch. Nein, das würde man sich nicht trauen oder bei einem Scheidungsobjekt braucht man auch den Scheidungsanwalt mit am Tisch oder den Erbrechtler in bla bla bla. Und so arbeiten kompetente Leute, die wissen, das ist meine Kompetenz und sie holen sich mehrere Kompetenzen zusammen und jetzt kommt ein Board und die arbeiten dann interdisziplinär, also das heißt, sie tauschen sich aus und der Makler ist, wenn du so willst, dann der Projektmanager und gibt den Leuten ein super cooles Ergebnis am Ende des Tages und das ist das, was wirklich kompetent ist und nicht so nach dem Motto, ich kann alles am Ende des Tages und habe die Weisheit mit dem Schaumlöffel gefressen und mache aber nachher mehr falsch als richtig. Ja, okay. In diesem Sinne, ciao. Ciao, ciao.